Ja, weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Ja, genau die Mission, die ich nicht kann. Sehr gut, der Bomber. Genau die Mission, die ich nicht kann. Flugmaschine 2.0. Richtig, Leonon hat sich der Flugmaschine mit einer leichten Kanone ausgestattet und so eine tödliche Flugverfolge geschaffen. Die Bordscher dürfen sie niemals einsetzen. Bei Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden. Das ist genau die, die ich nicht kann. laughs geht's bild der geht's Das war's für heute. Das war's für heute. Er kommt da jetzt hier hin, oder? Ja, er kommt da. Gebt mir die Pläne. Nein, keinesfalls. Halt, halt. Wo sind die Pläne? Hinter den Wachen. In meinem Haus. Es ist das Letzte. Und die Maschine? Im Turm ganz oben. In der Festung. Grazie. Ich bin der Festung. Gut zu wissen. Ich habe Giftpfeile, die sind leise. Gut. Ich habe hier keine... Okay, ist nicht mehr so dumm und geht genau daneben denen, sodass der die verkloppen kann. Die Wachen, was? Die Wachen haben mich entdeckt? Die Wachen wurden alarmiert. Alles klar. Okay. Mein Fehler. Tut mir leid. Egal, man muss sich seinen engsten Stellen. Oh. 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 Oh, das war's für mich. Da kommen sie auch schon. What the fuck. Gott sei Dank, hab ich gerade noch so gerettet. Ne, komm, fall hin. Na, na, na. Gut, gut, gut. So, die Pläne sind schon mal weg. So viele Söldnern hier, kein Wunder. Hör. 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 Ah, zu spät, man. Zu spät. Egal. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich hoffe, der hat das irgendwie ein bisschen gespeichert. Nicht, dass ich da nochmal von Anfang an, oder von der Hälfte zumindest, noch nicht mal anfangen muss. Das wäre ja scheiße. Das wäre nicht so schlimm, dass ich hier DEF though I bow this. Aber das ist nicht ingressert. Das wäre wenn von hier... ... survivrرت den Hälfte! Was wäre das an der Hälfte? Oh ja. Das ist was für du von der Hälfte. ja die eine sehr nützliche waffe der andere hat sich unter gestürzt ja 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 Vielen Dank. Hör gut zu Leute, wenn ihr etwas wisst, schrunter, es könnte uns... So, dich haben wir auch. Tut mir leid, da ist ein bisschen wehgeredet, aber irgendwie ein bisschen konzentrieren muss man ja auch. Also im Moment ist es ja alles noch richtig cool eigentlich, an sich. Ja, an sich, ne? Oh. Ich dachte, der würde nicht direkt alarmiert werden. Das wäre natürlich nicht zu hervorzu... äh... Das war natürlich nicht... ...beabsichtigt, aber egal. Ach, na super. Also mit dieser Mission werde ich mich noch lange beschäftigen. Was? Muss ich jetzt nochmal komplett von hier... Boah, seid ihr mies, Alter. Keiner? Oh. Oh. Boah! Oh. Oh. Oh! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So. Nein! Wieso steht der denn da schon? Das kann ja nicht wahr sein, Mann. Jetzt muss ich schon wieder neue machen, weißt du? Boah, diese Mission ist einfach von Anfang bis Ende ankotzend. Das ist die einzigste Mission, die wirklich scheiße ist, ja? Meine Fressen, jetzt muss ich schon wieder alles von neuem machen. Nee, weißt du, ich gehe jetzt so rum. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist der? Wo? Scheiße! Hm, er ist weg. Egal, nicht wichtig. Es gibt einen Grund hier oben. So, weiter. Oh, hier ist ja gar keiner. Stimmt. Stimmt, hier war keiner. Er kommt jetzt gleich. Glück gehabt. Äh. ich He! Oh Ja, okay. So, dann klettern wir hier. Jetzt haben wir es endlich auch geschafft, zumindest in die Richtung zu kommen. Meine Fresse. Meine Fresse. Meine Fresse. Okay. War zwar nicht wirklich stilvoll, aber naja. Vor allem, der richtige Anker-Zell kommt ja noch. Das ist ja das Geile. Oder das eher nicht Geile, weißt du? Das ist ja das Geile. Die ersten Entwürfe waren fehlerhaft. Alle, die sie ausprobierten, starben. Ein paar explodierten gar. Aber wir wissen, dass diese funktioniert. Tja, meine Freunde. Auf Wiedersehen.